So Leute, willkommen zurück bei Pokémon White. Yeah, es geht weiter. Es muss hier weitergehen, ich will hier vor allem kommen. Und ja, jetzt kommt vielleicht nochmal ein Kampf gegen einen Rivalen. Ist ja nur eine, die das sein kann. Und ja, da wechsle ich nochmal mein Pokémon Feuer aus. Und dann geht's los. Let's go. Würde ich mal sagen. Und ja. So, dann wollen wir mal. Ja, komm her, ich mach dich ganz schnell fertig. Kurz und schmerzlos. Ja, ist gut, komm. Dem, 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 dem. Zeig mir, was du kannst. Okay. Du beginnst mit dem Hund, das hab ich gewusst. Und dagegen setze ich dich. Kampfattacke wäre nicht schlecht. Aber ich hab im Moment keine. Im Moment. Das kann sich alles nur ändern. Und wir machen einfach mal Fire Punch. So ungefähr. Okay, es brennt. Es erhüllt seine Werte von mir aus. Es brennt. Perfekt. Hm, okay. Fire Punch. Und der Hund ist weg. Ich bin mit dem Level vielleicht ein bisschen nicht so hoch, aber ein bisschen, wenn ich das Spiel andere Level mache, dann macht das bestimmt auch Spaß. Und ich wette, jetzt kommt es da ein Starter oder gegensätzlich. Äh, okay. Verklickt, aber okay. Was soll's? Er setzt jetzt bitte auf seinen Starter ein. Dagegen wollte ich eigentlich meinen Starter setzen. Ja, das war klar. Okay, was soll's? Dann machen wir das jetzt so. Mit Mud Shot. Ich hoffe, das sieht gut. Nein, nicht ganz so toll. Wasserpolz. Aquavelle also. Hm. Okay, ich geh davon aus, dass er das nochmal macht und wechsel einfach mal. Wie nervig. Scheiß Clickfeder, aber egal. Hm, okay. Das bringt nicht viel. Machen wir kurz zum Prozess. So ungefähr. Und noch nicht ganz besiegt. Uh. Okay. Was kommt jetzt? Ah, Frank. Okay, das war ja klar. Aber ich hab ja mega sauber gemacht. Für diesen Fall. So, da komm ich Energie wieder. Und ja. Das ist ganz toll. Hm. Komm, stirb einfach. So ungefähr. Jetzt bist du weg. Sehr schön. Und der wird 30. Ich bin mein Starter-Pokémon. Der Feueraffe sollte das jetzt zeigen. Der kannst du rein. Okay. Ja, der Feueraffe. Perfekt. Wir machen Bubble Beam. Wer wir's können. So ungefähr. Der ist weg. Der fällt noch über Psycho-Pokémon. Was mach ich denn dagegen? Hab ich Umlichtattacken? Ich glaub eher ein wenig. Hm. Was mach ich gegen das Ding? Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ich suche doch es wieder raus. 26. Ja. Sie waren alle 26, bis auf den Start war. Haha. Witzig. Firepunch. Komm, die Hälfte. Oh, das Ding hat sich ja schon entwickelt. Aber egal. Die Hälfte ist ja schön. Es erhöht aus dem Verteidigung. Das ist nicht schön. Hm. Okay. Das soll jetzt nicht drankommen. Also erhöhe ich mal kurz meinen Angriff. Naja, aber zu Angriff ist unnötig, aber egal. Und jetzt ist alles wieder ausgekriegt. Und jetzt kann ich's erledigen. Feuerpunch geht daneben und ich kriege natürlich Hypnose ab. Das ist ganz logisch. Du kleine, du kleine, dreckige Schlampe. Was fällt dir ein? Mich einzuschläfern. Das wirst du bereuen. Hm. Okay. Das hat wieder seine Verteidigung. Äh, ähm. Okay, irgendwas. Irgendwas hab ich grad verkackt gemacht, glaub ich. Was? Was? Wieso? Ach, wieso schlafe ich jetzt eigentlich noch? Ja, schön. Ich hab ein paar Heiser benutzt. Ich hab grad abgelenkt. Oh Gott. Hm. Schöner, schöner Dreck. Das ist dreckige Vieh. Gott. Oh man, das Vieh nervt. Nein. Warum kannst du nicht einfach sterben? Nee, nicht Vogel. Keine Ahnung. Du von mir aus. Oh Gott, das Vieh ist doch nervig. Ja, schön. Stirb jetzt. Warte, ich dreh durch. Natürlich stirbt es nicht. Sie beben. Oh Gott. Nur weil ich, nur weil ich blöd benutze hier Paraheiler. Ich hab hier auf, also, gegen, ach. Ich hab auf Wecker benutze. Das ist doch ganz schlimm jetzt. Mach jetzt King dran, ey. Natürlich kommt ein Drank rein. Gott ey, wie mich das jetzt ankotzt. Ja, das finde ich schön. Sag mir, dass du schwer bist. Kriegst du eine Menge. Na, das ist doch klar. Hypnose. Du mich auch Hypnose. Kriegiges Vier, aber mehr als... Zieht ein bisschen was ab. Ein bisschen mehr als der andere ab. Komm, ich greife jetzt sehr an. Da bringt das auch nichts mehr. Das heißt, du wirst jetzt besiegen, wenn der sich nochmal drankommt. Endlich. Gott, ich hab viel zu viel X-Time mit diesem blöden Kampf verschwendet. Dieses verfuckte, dicke, fette Psycho-Pokémon. Scheiß Ballonvieh. Gott, das war ja nervig. Boah, Mann. Ja, ich will dich nie wiedersehen. Also gibst du mir fliegen. Oh, dafür muss ich gedanken. So. Ja. Verpiss dich. Gott. Fliegen. Sofort beibringen. Ja. Gott. Ja, das letzte... VNTM, VN, Box, Tasche, wie auch immer. Fliegen. Ja, genau, das hast du überhaupt nur ein Team, damit ich fliegen kann. Gegen Quick Attack, würde ich mal stark behaupten. Psychisch, ja. Ja, komm, gegen Xupiep und so. Und dann. Okay. Dann hier rein. Und ja. Heilen. Gott, war das nervig eben. Ist ja schlimm. Mann. Aber egal. Egal, Leute. Was soll's. Ich will noch mal ein paar Hypertrinke. Sieben Stück, da hab ich 18 und das ist toll. Und ja. Voll hier, ja. Den kann ich... Den kann ich gebrauchen. Und dann geht's hier weiter. Gerade war das ätzend. Gut. Wir fahren los. Ja, jetzt wird aber ein bisschen gedauert. Oh, Bambi. Wie schön. Aber kann ich nicht gebrauchen. Feuerschlag und Tschüss. Jump Kick, oh Gott. Verabschiede dich. Und Tschüss. So schnell kann's gehen, ja. Und ja. Das war's schon mal damit. Nein, ich wollte jetzt mein Glück-Pokémon wieder nach vorne tun. So ungefähr. Und ja. Oh Gott. Nicht schon wieder Bambi. Bambi nervt. Hm, das soll's. Ah, Kata und dann mal sehen. Natürlich überlebt es das. Das war logisch. Doppelkick kann's auch. Kann ja vor die Kampfattacken. Das ist aber normal. Und Pflanze. Na ja, was soll's. Oho. Nein. Gott, ich hang an, das Spiel zu hassen. Weil du hasst es mich. Ist das der Grund, warum mir alles schief geht? Äh, Gott. Ich will es gar nicht wissen. Ist jetzt egal. Tschüss. Und ja. Gut, ich will ja ein paar Trainer umgehen. Mann. Bambi, du Dreckvieh. Bambi, du Dreckvieh. Du kotzt mich an. Aber echt mal. Ich hab keinen Bock auf dich. Kapiert? Verpiss dich, Mann. Du Scheiße. Oh, sieh, bitte verschont mich. Ich will nicht mehr. Spaß. Was soll's. Hm. Mann, aber es regt mich grad echt auf. Hab ich keinen Schutz oder sowas jetzt? Ich hab hier die Schnurze voll von den Teilen. Dann komm ich hier nie voran. Gott. Ja. Natürlich hab ich hier überhaupt nichts so wie Schutz. Gott, aber ich glaub, ich glaub, ich hab jetzt gleich wie so ein paar Mal ein Fahr-Rennen. Ja, dich will ich nicht. Du bist hässlich. Ich suche nur noch zwei Pokémon für mein Team, aber du bist es bestimmt nicht. Wer will dich schon haben? Du bist nur ein dummer Pils. Gott. Ich hab mich wieder angepisst. Fast zu wenig. Ja, verwurzelt aber nicht, wa? Dann verwurzel dich mal. Ist mir doch egal. Was du hier für Scheiße machst? Du kotzt mich einfach nur an. Aber sowas von geht gar nicht. Dafür bist du jetzt tot. So ungefähr. Ja, okay. Trainerkampf ich nicht wollte. Aber naja, was soll's. Zeig mir, was du kannst. Pokémon Ranger. Rennen. Ja. Ach genau, du. Dich hab ich ja ganz vergessen. Hm, was mach ich denn gegen dich? Hier kann ich nicht so viel machen. Aber wir haben hier ein schönes Boden-Pokémon. Was ich erledigen sollte. Ja. Ja. Ha, keine Wirkung. Ja, das war gut getauscht von mir, würde ich mal sagen. Oh, nicht Doppelteam. Du kannst mich auch mal Doppelteam, ey. Du bist so eine Nervensäge. Es brennt, ist doch sehr schön. Ja, das gefällt mir. Ach, Verfolgung, ja. Komm. Das bringt ja auch nix. Ach, wie schwach. So. So, du gehst down. Und der wird reißig. Yo. Äh, ja. Keine Ahnung, was das ist. Ah, ich glaube, das ist Bambi. Bambi. Bambi kommt uns besuchen. Nein. Was soll's. Hm. Yeah, Bambi.